Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Hanlöse für den Mittwoch, den 10.04.2024. Ja, und unserem DAX ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Panzer kaputt gegangen. Der Rheinmetall-Panzer, der hier die ganzen Seifenblasen gespuckt hat, die platzen hier auch der Panzer gleich mit. Ich denke, ihr habt es gesehen, die ist gut weggerutscht und unser DAX gleich mit. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass die Bewegung, so wie sie war, auch mit der Zielstation hier 3336, durchaus ausreichend dafür wäre, schön abzudrehen. Ich hatte gesagt, dass das auch unsere, also für diejenigen, die die Verteiler-Nachrichten kriegen, dass das auch unsere Bedingung war, um weiter abzudrehen. Eben, dass er es so schön langsam zur Seite macht und eben nicht gleich alle mit reinnimmt. Und quasi als Wenn-Dann-Analyse, wenn er schön langsam jetzt hier zur Seite rummacht, hat er gute Karten unten rauszudrehen. Dann hatten wir uns darüber unterhalten, wie er dann weiter fallen würde über die 2.40, die 1.90 und eben dann auch hier unten auf die grüner Linie. Die grüner Linie, genau. Da haben wir aufgesetzt, habt ihr gesehen, für 18.60, 18.40 hat man gesagt, sollte es werden, es ist hier relativ knapp, die 18.60 glaube ich geworden. Sehr gut, 2 Punkte, ne, 58. 18.58 ist tief, also können wir zählen lassen. Grobe, grob, grob habe ich mich vermessen. 18.58, gut. Egal, 18.60, 18.40 war gesagt, sollte hier draufsetzen. Das hat er getan, ich hatte gesagt, ich würde davon ausgehen, dass ein neues Tief nach oben auch wieder zieht. Das sieht momentan auch so aus und von daher hätte er jetzt zum Mittwoch durchaus das Zeug hier auch komplett wieder zurückzuziehen. Also auch richtig zurückzuziehen, aber auch deutlich höher zurückzuziehen. Und mit deutlich höher meine ich nicht nur, also offensichtlich, was jetzt hier jeder sieht, rein in die 2.10, 2.20, sondern durchaus auch in den Bereich hier reinzuziehen und von dort dann nochmal runterzufallen. Das wäre gar nicht so unüblich und würde auch gut zu dem Konstrukt passen, was wir in der Woche hatten. Und ich muss sagen, bisher läuft das sehr, sehr, sehr gut in der Erwartungshaltung, die wir hatten die letzten Tage. Kann da eine Seminarkündigung liegen und uns am Treffen in Frankfurt, da hatten wir ja schon mal gemutmaßt. Auf jeden Fall frisst er weiterhin sehr gut aus der Hand. Und von daher würde ich zum Mittwoch tatsächlich eher einen Rücklauf einplanen. Sollte er unten drunter stürmisch drunter gehen, unter die 1.860, müsste man ein bisschen mehr Platz einplanen. Das wird nämlich dann erst wieder interessant im Bereich um 1.880. Wir haben hier zwar eine kleine Volumenzone, hier irgendwie um die 960 rum, aber richtige Ziele sind 1.880 und dann hier auch die 1.7800. Das wäre eigentlich die nächste Anlaufzone, wenn der Bereich jetzt hier nicht als Support ausreicht. Ich meine gut, die 1.840 ist noch, das ist, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich würde fast denken, wenn er hier wirklich drunter geht, dann setzt er auch einen deutlicheren Bruch. Und dann könnte das tatsächlich hier in einen Bereich reingehen, bis sogar 1.880 zum Mittwoch. Bei Mittwoch, wenn die nach unten richtig durchladen, die können ruhig wehtun. Ich würde es gar nicht erwarten für den Mittwoch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht nochmal unten das Tief austestet. Kurz drunter stehe ich, wenn man jetzt hier, wenn er jetzt hier, sage ich mal, eine, wartet, Magnet an, wenn er jetzt hier die Linie nicht verletzt nach unten, wartet, hab's gleich, wenn er jetzt 1850, 1840 nicht gravierend unterbietet, hätte er durchaus das Zeug selbst bei einem kleineren, schwächeren Start von hier wieder aufzudrehen und zurückzulaufen in die 200, 240. Ich weiß, dass das für manche immer nicht so ganz zu greifen, auf der einen Seite sagt man immer, ihr sollt dem Markt folgen, ihr sollt mit der Bewegung mitgehen, dann fängt der Markt an, in eine Richtung zu treiben und ich erzähle dann trotzdem plötzlich, dass ich mit einer Gegenbewegung rechne, aber versucht es auch rückwirkend immer wieder zu beobachten, wo wir das sagen, wann wir das sagen und mit welchem Kerngedanken das sagen. Wir haben auch hier unten gesagt, dass wir mit einer Gegenbewegung rechnen bis zu, schaut, 4.20, dass er aber von dort gegebenenfalls wieder nach unten gestoßen werden kann. Und das hat er dann eben auch getan, hier unten jetzt genau das gleiche gewesen, hier ist sie unten auf unsere 100 drauf, sollte von dort bis 240, 260 und vielleicht auch 300, 335 und von dort dann gegebenenfalls wieder nach unten stechen. Jetzt haben wir die gleiche Konstellation und von daher, es ist halt hier von der Erwartungshaltung, muss ich sagen, nicht mit einem klaren Abwärtstrend zu rechnen, sondern erstmal mit einer Beruhigungsphase, die auf höherer Zeitinhebung auf Tages- und Wochenchart stattfindet, weil wir sehr, sehr, sehr viele lange grüne Kerzen hatten und dort jetzt ein erstes Umkehrsignal. Und sowas braucht einfach immer ein bisschen Zeit im DAX. Das heißt nicht, dass er hier trotzdem jetzt brachial und brutal nach unten wegschmieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit wäre trotzdem eher erhöht, dass er, wäre die Wahrscheinlichkeit trotzdem erhöht, dass er jetzt hier eben erstmal ein bisschen seitwärts macht, ne, erhöht. Nicht garantiert, es ist nicht so, dass wir die Zukunft kennen und zu 100% vorhersagen können, ne, es geht nur darum, ein bisschen zu abzuleiten, wie bewegt sich der DAX typischerweise. Sehen wir, dass er sich so bewegt, wie er sich typischerweise bewegt, behalten wir das erstmal bei, bleiben darin und handeln auch diese Erwartungshaltung. Deswegen sehen wir, der löst sich daraus, müssen wir uns dem trotzdem anpassen. Ja, das heißt, wenn er wirklich richtig Stress macht und auch so eine 1840, 1860 hier jetzt am Mittwoch nicht gehalten kriegt nach oben, dann ist nach unten eben weiterer Platz einzuplanen. Das kann durchaus am Mittwoch dann 1780 bis 17800 schon werden. Ich würde allerdings wirklich eher mitrechnen, dass wir einen Rücklauf kriegen rein in die 18200 und kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir am Donnerstag schon hier oben in dem Bereich schon wiederum steinkern und von da dann aber auch wieder nach unten wegdrehen. Ja, aber ich rechne hier doch mit stärkerem Rücksetzerpotenzial und auch mit stärkerer Kraft, die hier eben dann nochmal im Hochzum mit reinkommen kann, weil er bestimmt einfach ein bisschen braucht, um dieses Eindrehen einfach hinzukriegen auf der großen Zeiteinhälte. Ja, gut, von daher, habt ein bisschen nach oben raus, vergesst es nicht, dass er auch nach oben noch ein bisschen rausschlagen kann und ja, ich denke, es ist alles gesagt. Tagesschart brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht gravierend angucken. Der hat jetzt eine rote noch dahinter gestellt, tiefer gestorgen, ist gerade so, naja, ist so im unteren Bollinger Band, aber auch hier sehen wir eine 18800 wird sich ja gut mit einem unteren Band decken und dann sieht man aber auch hier, wie weit er auch noch fallen könnte, wenn dann das untere Band aufmacht. Dann haben wir nämlich hier im Bereich um 17200 Wichtiges, dann haben wir hier noch ein offenes Gap, 17150, 17160 rum. Ja, also das wäre dann auch noch eine wichtige Anlaufstelle, wenn dann eine 17800 nicht erhält. Das ist eine größere, wichtigere Bastion dann auf dem Weg nach unten. Ob er jetzt aber zum Mittwoch, die schon anläuft, ich glaube, da kämpfen wir ja erst in ein, zwei Wochen mit. Wie gesagt, nichts garantiert. Es geht nur darum, wie wäre es typischerweise. Und typischerweise würde er hier tatsächlich sich jetzt noch ein bisschen Zeit erkaufen, noch ein bisschen oben rumstängern und zum späteren Zeitpunkt dann auch mal nach unten anstechen. Vielleicht auch nächste Woche, Dienstag, würde gut reinpassen, wäre typisch. Ja, dass er sich jetzt Donnerstag, Freitag eher noch mal ein bisschen oben rumzappelt, dann Montag, Dienstag noch mal versucht unten anzustechen. Das wäre tatsächlich in so einer Konstellation jetzt üblicher. Nicht garantiert. Ihr kennt das, ihr wisst das. Ja, wir haben ja nicht die Lottozahlen für morgen, sondern können einfach nur die Erwartungs- und Erfahrungswerte hier eben weitergeben. Gut, ich mache dann hierzu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Dann haben wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.